ja so schön eigentlich gibt es eigentlich gar keinen grund oh die töten sich gegenseitig ja macht mal ich wollte einfach mal so lang ja macht einfach mal oder gehe ich erst in den teleporter das war jetzt echt nicht nett war da noch irgendwo helft gelegen da lagen noch helfer ja machte die tür auf ahnt nichts schlimmes und kommen die dagegen flogen das klein ist wahrscheinlich total komisch mal geräusche die ich gemacht habe aber egal kann helfen mir doch da letzte runde war so viel umgelegen und da gar nichts mehr toll ganz toll und wir brauchen halt die war richtig wir sägen ihn tot so was muss man drauf ich gehe den teleporter habe ich da beschlossen der nicht funktioniert toll komm treff ihn treff ihn ok wir gehen erstmal hinten rum genau da können wir auch noch ob rein da wir können da hinten rum gehen hoffe ich hoffentlich ist da noch irgendwas ok helft wäre nicht schlecht auf jeden fall irgendwas was mich nicht tötet liegt natürlich wieder nichts rum wäre auch zu schön gewesen wenn hey du warum ist sie bei mir nicht so steig und ok doch doch geht ich kann da lang was war das jetzt den habe ich gar nicht sehen den habe ich nicht beant visiert geht doch weg ich habe so wenig bewegungsfreiraum und sie sterben einfach nicht sie sterben einfach nicht ich will nur dass jetzt jemand von hinten kommt und mich tötet und ich habe gleich kommunizieren mit der stoffflinde es ist alles totaler Mist und ich laufe voll nahe ich laufe voll nahe so ein Mist so ein Mist ok versuchen wir den nochmal wenn wir schon gleich dastehen na komm stirb und ich kann den Ausgang sehen Idee ich laufe einfach durch und hmm das versuchen wir jetzt ihr macht die Tür auf und laufe ganz schnell los ja nein so war das nicht gedacht Tür auf oh komm du Mistvieh wallhack alter kann doch gar nicht sein kann es sein dass ihr gar nicht vom Exit weg geht egal das hat so keinen Sinn also ah die Tür geht nicht auf ich hasse es ich hasse dieses endlose Level Design ok wir haben 10 Schuss mit der Gatling und richten damit mal gar nichts aus ganz toll schießen wir noch ein wenig Munition mit der Shotgun wir haben es ja wir wissen gar nicht wohin mit der Munition töten da noch mal Gegner noch jemand da hallo nein niemand da es ist niemand zuhause Schalter Knopf ist kein Schalter ist ein Knopf egal ach ich habe vergessen dass der da erscheint doch so ein Mist immer diese unrealistische Schaden die ich durch meine eigene Waffe halte der scheint ja gar nicht der ist immer da so und ich war schon da viel zu nah gestanden so so jetzt jetzt speichern wir erst mal erst speichern ganz ruhig und wir laufen da raus und schießen auf das Auge und da ist noch eins noch eins ach komm ok ganz ruhig ganz ruhig wo kam das andere her ach das kommt der erste Mal hin ok nochmal speichern ach ach da versteckst du Mist für dich hä findest du es wohl nett hinter Säulen auf Leute zu schießen triple kill double kill und da komme ich nicht nahe was warte ich mag sowas gar nicht Munition Munition geht nicht auf geht nicht auf oder soll ich vielleicht besser sagen geht noch nicht auf ich hasse es ich hasse es okay wo geht es dahin wo geht es dahin ah Munition äh wir sind da dann nein doch wir wollen da dann oh geil genau was ich gebraucht habe noch mehr Gegner verdammt nicht jetzt wissen müssen was hat der Schalter mir jetzt gebracht irgendwie nix oh ne irgendwie gar nix egal wir gehen wieder runter ist da vielleicht jetzt was aufgegangen na hoffentlich nicht nein die Tür ist weiter zu die ist auch zu wie ich Frebs hasse inzwischen wie ich es hasse hä hä okay ich verstehe jetzt nicht ganz was uns das gebracht haben soll was hat uns das gebracht Munition yeah ach aber sonst hä äh egal ah jetzt jetzt weiß es jetzt lass mich nachdenken wo kommen wir da wohl hin ich wusste es ach jetzt würde ich falsche Waffen erst mal zwei Stunden lang suchen aber so könnte das vielleicht sogar was werden aber so könnte das vielleicht sogar was werden ja ach vielleicht aber auch nicht ganz ja ich höre keine Raketen oh Moment hören nein ach dieses Mistvieh dieses elendige Mistvieh Na, da springen wir lieber nicht runter Munition Und es blutet immer noch nicht Ich hab das doch schon ein paar mal getroffen Oder Boah, ich hasse es Komm Es kriegt Schaden, aber Es stirbt halt einfach nicht Boah Wie ich es hasse Wie ich es einfach nur hasse Ach, komm Ich soll ihn das töten Ich hör, dass es Schaden nimmt, aber Irgendwie Man sieht's auch Aber es nimmt zu wenig, weil ich's nicht gescheit treff Boah, Volltreffer Hoffe ich Oh, komm Ich glaub es ist tot, ist es tot, ist es tot? Ja, schön wär's Oh, komm Ja 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 Ich hasse es Ich hasse dieses Spiel Ja Ja.